Was Pappen, was Pazkets? Willkommen zu meinem FC Bayern Fan Kanal. Alles oder nix. Morgen geht es in die Champions League gegen Villarreal. Wir brauchen jeden einzelnen Bayern Fan. Jeden einzelnen Bayern Fan im Stadion zu Hause. Support, 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 support. Wir müssen dieses Spiel gewinnen, sonst wird es richtig peinlich. Und ich bin so gespannt auf das Spiel. Ich denke schon ganz seit heute geht es los. Es ist noch nicht 21 Uhr und es ist erst morgen. Ich kann einfach nicht abwarten, bis es anfängt. Und jetzt kommen immer wieder neue News raus zu Bayern, wo wieder so viel Unruhe passiert. Lewandowski soll zu Barcelona wechseln. Ich weiß nicht, ob ich später einen Livestream dazu mache. Aber zu viel, zu viel, too much. Warum die ganzen Medien immer vor einem Champions League spielen? Ich kann es nicht glauben. Und zu Villarreal. Ich weiß nicht. Leute denken immer, auch Bayern hat den Ausset seit ich das. Aber Villarreal ist einfach stark. Die sind gut. Unai Emery ist ein Motherfucker. Das ist ein guter Trainer. Der hat auch schon damals Paris trainiert und gegen Bayern gewonnen mit Paris in der Champions League damals. Aber Gruppenphase war das so. Und der hat Bayern da auch sehr gut hingehalten. Sehr, sehr, sehr gut. Ich weiß echt nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, wie dieses Spiel ausgehen wird. Neuer hat gesagt, wenn wir 1-0 in Villarreal verlieren, dann wird das richtig Bayern kennenlernen in München. Goretzka hat gesagt, morgen wird die Hütte brennen. Ey, wenn die schon so groß machen, wenn die schon so viel reden, dann bitte soll das dann auch so passieren. Ich will das sehen. Ich will nicht, dass Bayern labert und dann spielen wir so wie gegen Augsburg oder so. Bitte, 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 bitte nicht. Bitte schönen Fußball. Richtig Fußball. Kombination zum Abschluss kommen. Wir haben Villarreal nicht mal aufs Tor richtig geschossen. Das ist richtig peinlich, Mann. Ich hoffe, dass dieses Spiel wieder in die Spur kommen und weiterkommen und dann auch Liverpool Feuer bieten. Weil Liverpool, ich glaube, wir sind ein bisschen glücklich mit dem Strang, den sie erfahren in der Champions League. Ob Villarreal oder Bayern jetzt nicht die krassesten, weil Bayern gerade scheiße spielt. Nein, 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 nein. Wir gewinnen gegen Villarreal und dann auch gegen Liverpool. Okay, es gibt nur diesen Weg. Es gibt keinen, ich sehe keinen anderen Weg. Tunnel Richtung Finale. Es gibt nichts anderes. Wir müssten das packen. Egal, scheiße auf die Medien. Egal, wie viel Unruhe wir packen ist. Jetzt kommen wir erstmal zu der Wunschelf. So, alles oder nix. Manuel Neuer, bester Torwart in der Welt. So, Alphonso Davies hat auch schon wieder gegen Augsburg gespielt und so weiter. Der soll jetzt spielen. Überraschend ist, dass er im Hinspiel 90 Minuten durchgespielt hat. Aber jetzt auf jeden Fall. Boom. So, Hernández, Gladiator. Wo bist du? Wo bist du? Hernández, Gladiator, wird spielen. So, Upamecano macht mir ein bisschen Angst. Aber Süle hat Influencer. Süle wird nicht spielen können. Upamecano hier. Egal. Pavard, mein Sohn, macht auch einen guten Job. Kommt auf jeden Fall hier hin. Und wir werden Save auch wieder mit Viererkette spielen. Also, wenn er jetzt, wo er wieder nur Viererkette gemacht hat, wieder irgendwie experimentiert und jetzt auf einmal wieder eine Dreierkette raus hat, verstehe ich echt gar nichts mehr. Also, Viererkette. Kimmich. So, und jetzt bitte Goretzka. Ich liebe Musiala über alles, aber ich glaube, als Joker eher vorne, wäre es viel besser, Musiala einzusetzen. Weil, die, das Mittelfeld von Villarreal war absolut stark, körperlich, alles hier. Musiala, die haben ihn gemobbt im Mittelfeld. Ohne Witz. Also, bitte. Als Goretzka im Mittelfeld war, war es viel besser. Also, Kimmich, Goretzka im Mittelfeld. So, Kingsley muss spielen. Ist mir egal, ob links oder rechts. Der kann für mich beides. Obwohl ich ihn links ein bisschen stärker finde. Ich mache jetzt erst mal links hin. Und Nagelsmann hat auch gesagt, dass er sich links besser fühlt. Bevor wir zu den anderen kommen, auf jeden Fall muss Lewandowski, unser Barcelona-Spieler, im Sturm hin. Müller finde ich echt... Also, Müller muss in großen Spielen immer spielen, aber der gefällt mir die letzten Spiele irgendwie gar nicht. Trotzdem, Müller. So, jetzt ist die Frage, ob Sané oder Gnabry, weil Sané fuckt mich ab. Ich kann so Spieler beim FC Bayern einfach nicht sehen. Mir egal, was alle sagen, wie sehr alle Sané lieben oder sonst was. Der Kerl fuckt mich ab. Der spielt nicht für den Verein oder... Ich kann es mir nicht vorstellen, Mann. Deine Körpersprache geht mir auf den Sack. Ohne witzig für Spieler beim Bayern sind, die sich zerreißen fürs Trikot. Dann sind wir mitten im Spiel und der hört in den Aktionen auf, Fußball zu spielen. Aus welchem Grund auch immer macht er so zu Gnabry. Ah, wie du machst, nur Schwachsinn. Wo er dann Sabitzer gepasst hat und Sabitzer macht das Tor und Sané läuft einfach weg. Was ist das? Wenn ich Trainer wäre, ich hätte ihn so zusammengeschissen. So Spieler spielen bei mir nicht. Es ist mir so egal, wie viele Tore oder Vorlagen er macht. Wenn jemand bei mir so spielen würde, spielt er nicht. Fertig. Egal, wer, ob es Lewandowski ist oder sonst wer. Wer sowas bringt, raus. Direkt. Und da meint jetzt in der Pressekonferenz Nagelsmann, dass Sané irgendwie übertrieben gut gelaunt war. Und alles. Und keine Ahnung, ob da wieder alles gut ist. Aber der ist doch auch bei der Auswechslung direkt in die Kabine gegangen. Boah, ich quatsche mit dem. Ehrlich, Quatsch. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber ich würde ihn sogar verkaufen. Jemanden holen, der wirklich fürs Trikot spielt. Weil ich kann sowas nicht sehen. Es regt mich langsam übertrieben auf. Und ich meine, jeder kann sich aufregen, aber der übertreibt langsam. Also wenn ein Ball nicht ankommt oder irgendwas, obwohl er selber so viele verliert, trägt er sich über Mitspieler dauernd auf. Und ich kann sowas nicht. Bye Gott. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob ich Sané oder Gnabry, weil wenn Sané, muss der hier links spielen. So. Und Kommandern rechts. Kein Problem. Und wenn Gnabry spielt, muss Gnabry rechts hin. Aber ich muss mich entscheiden zwischen Sané und Gnabry. Ich würde aber tatsächlich, tatsächlich Sané spielen. Also Kommandern rechts hin machen. Was ist los? Jetzt Kommandern rechts hin machen und Sané dann links hin. Ich würde es tatsächlich so spielen lassen. Also ich glaube, das wäre so die beste Aufstellung, die wir machen können. Außer mit Müller. Wenn der nicht klappt. Wenn Müller nicht klappt. Müller raus. Und Musiala rein. Und sonst haben wir für hinten nur Nian Suh zum Einwechseln. Also ich hoffe, Hernandez so oft wie angeschlagen ist, dass er durchspielen kann. Also der kämpft auch immer. Egal wie viele Schmerzen er hat, der geht bis zum bitteren Ende immer gefühlt. Wir haben nur Nian Suh für hinten, weil ich glaube, selbst Buena Saas ist nicht da. Ja, okay, wir haben noch Omar Richards, aber Mark Rocker wird uns nicht verhelfen. Tolisso ist auch nicht dabei. Wir haben sonst noch einen Sabitzer, der gut gespielt hat gegen Augsburg. Sabitzer dann auch für nur, sollte sich Sané oder Kommand verletzen oder für Goretzka. Aber ich glaube, die einzige richtige Lösung auf der Bank ist Musiala, wenn Musiala nicht stark spielt. Ich würde sogar, ich würde sogar, es fällt mir erst jetzt ein, Kommand sowieso spielen lassen, weil Sané und Gnabry gefallen mir beide nicht. Ich würde sogar Musiala auf den linken Flügel machen und Kommand rechts. Ich würde sogar eher das machen als Sané und Gnabry, sorry. Ich schwöre, Musiala soll Stamm spielen mit Kommand. Besser als Sané oder Gnabry. Kein Spaß. Und auch das Kommand rechts ist so ein Musiala links, weil Musiala links besser als rechts. Ich würde so spielen, was Leute sagt. Guckt euch die Formation an, guckt euch die Spiele an, sagt mir, was ihr dazu hält. Wie wir mit was für einer Taktik spielen sollen. Ich bin immer noch der Meinung, dass wir sehr anfällig sind in den Anfangsminuten. Deshalb erst mal kompakt stehen, erst mal ein bisschen abwarten und reinkommen. Nicht wieder extrem hoch stehen, weil ich glaube, wir verlieren zu 100% das Spiel. Wenn Villarreal wieder sehr schnell am Anfang ein Tor schießt, ist für uns vorbei. Ich sehe dann Schwarz. Er braucht sich Villarreal nur noch hinten reinstellen und wir kommen dann wieder nicht zum Torabschluss und sonst was. Wenn Villarreal ganz am Anfang ein Tor macht, ist es vorbei. Ich sehe dann nichts mehr. Keine Hoffnung. Die stehen nur hinten drin und warten dann auf den Konter. Deswegen bitte Bayern, chillt am Anfang. Konzentriert euch bitte von Anfang an. Steht gut da, auch hinten. Und kommt langsam ins Spiel rein, weil die brauchen immer. Die sind immer anfällig am Anfang. Immer, 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 immer. Deswegen ist das meine erste Vorhergehensweise gegen Villarreal. Erst mal chillen am Anfang. Vielleicht Ballbesitz halten und nicht so hoch stehen, wie so Idioten, wie immer. Erst mal das machen. Und dann bitte schön Fußball spielen. Auf Pässe achten, Konzentration. Fans müssen auch Feuer im Arsch haben, um anzufeuern. Und dann machen wir das schon. Packen wir schon. Und bitte, Lewandowski, ein paar Tore. Weil Benzima wird auch nicht aufhören. Lewandowski muss noch ein Rekordbrechen bei Bayern. Die meisten Tore in einer Champions League soll der bei Bayern machen. Und bitte nicht bei Barcelona. So Leute, das war's mit dem Video. Haut rein. Wir packen das. Wir packen. Wir packen das. Wir packen das. Und we packen das. Wir packen das. Und wir packen das. Wir packen das.